Jo, moin moin Gemeinde, mein Name ist Wolfgang Möster, bin der Geschäftsführer der Firma Monsate GmbH in Schwäbisch Gründ. Ah, muss ich überlegen, meine erste war 20 Rock und Pop Hits 1971, Uriah Heep mit Lady in Black, unvergessen. Ich höre vorwiegend am Computer, habe aber auch etliches an CDs, höre aber auch noch gerne LPs, also ich habe noch einen Plattenspieler. Ja, vorwiegend um alte Schulkameraden, alte Bundeswehrkameraden und ehemalige Bekannte zu treffen, ich pflege Kontakte mit meiner Familie, die im Frankfurter Raum angesiedelt ist, das sind so die Hauptgründe. Weil mir das gänzlich unbekannt ist. Ich habe noch nie gehört, nie gehört, wirklich nicht. Wir hatten unsere Jugendeck, wir hatten uns verabredet, wir hatten unsere Stammkneipe, wir hatten unseren Stausee, man wusste also immer, wo wir sich treffen konnten. Wir brauchten keine 20 SMS, um ein Date zu bestätigen, wir haben ineinander geredet. Ich sage mal so, meine älteren Generation lehnt die Sache vorwiegend ab. Unsere Generation sieht dem Ganzen mit gemischten Gefühlen entgegen und wenn ich meine Kids betrachte, muss ich sagen, ohne die könnten die gar nicht mehr, die digitale Welle. Die würden sich nicht mal finden. Die werden sich nicht mal finden.